Welcher Roller ist für dich der richtige? Du möchtest wieder einsteigen in die Welt der Zweiräder? Dann pass heute auf, die 10 wichtigsten und interessantesten Modelle in 2023, die dich zur Arbeit bringen oder in die Schule. Das und mehr nach dem Intro. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und wir haben nicht nur alles, was 125er A2 Motorräder oder A Motorräder angeht, sondern bei uns hat auch einen irrsinnig hohen Stellenwert die Rollergeschichte. Denn in Zeiten von Corona, in Zeiten von extrem verspäteten Zügen und Co. macht es einfach Sinn, sich einen Roller zu Hause hinzustellen, um mit dem in die Arbeit zu fahren. Oder auf der Rennstrecke von hintersten Boxengasse bis nach ganz vorne durchzuziehen. Und genau das möchte ich euch zeigen. Ich möchte euch kleine und große Roller zeigen, die wir als sehr, sehr interessant finden und die vielleicht auch technische Funktionen haben, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Und deswegen starten wir mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10, der Voge SR125. Wir haben hier einen 125 Kubik-Roller mit 10,9 PS und 10,5 Newtonmeter. Ganz wichtig, Gebrauchpreise starten hier ab 3.990 Euro. Technische Spielereien gibt es ja viele am Markt, aber die Frage ist immer, was ist nützlich? Und der Voge SR125 hat ein extrem cooles Verbot, nämlich eine Frontkamera. Und mit dieser Frontkamera hast du automatisch in deinem Roller eine Dashcam. Und ich muss gestehen, das ist ziemlich smart. Denn gerade im urbanen Bereich, gerade im Fall von einem Roller oder von einem Rollerunfall besser gesagt, im Stadtverkehr hast du immer das Video und kannst nachweisen, ob du schuld warst oder unschuldig warst. Und ganz wichtige Randnotiz für euch, ihr müsst diese Aufnahmen auch nicht verwenden, wenn es sozusagen ihr schuld wärt. Das heißt, ihr könnt die dann auch einfach löschen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Und ich bin aber auch keine Rechtsauskunft. Weiter geht's. Bei dem Platz Nummer 9 belegt der Malakuti Madison. 12,2 PS, etwas mehr, 147 Kilo und 9 Liter fast der Tank. Die Sitzhöhe ist hier 760 Millimeter. Und der Neupreis in Österreich ist 3.699 Euro. Der Neupreis in Deutschland ist ebenfalls 3.699 Euro. Und der Neupreis in der Schweiz ist, sage und schreibe, 4.290 Schweizer Franken. Madison, was für ein unglaublich schöner italienischer Name. Doch eins ist auch klar, der Madison ist kein italienischer Roller. Es ist ein österreichisches Produkt, mehr oder weniger. Produziert in China, designt bei KSR in Österreich. Und wird verkauft, einfach zu einem sehr günstigen Preis. Mit großem Stauraum, mit voller LED-Ausstattung, Smart Key und vielen Funktionen mehr, die dir den Alltag erleichtern. Ohne, dass du deinen Schlüssel mehr rauspacken musst, kannst du fast alles an dem Roller machen. Den Platz Nummer 8 belegt die Motron Ventura. 10 PS, 2,6 Liter Verbrauch gerade mal, 120 Kilo Gewicht, 7 Liter Tank und die Sitzhöhe ist 810 Millimeter. Der Neupreis in Österreich ist 2.699 Euro. Genauso wie in Deutschland. Wichtig, der Schweizer Preis ist aktuell noch nicht bekannt, den lest ihr aber ganz einfach nach auf unserer Webseite. Die Liste zu allen Rollern verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Der Motron Roller ist aufs Nötigst reduziert. Klein in der Bauform, groß in der Wirkung. Gerade mal 2,6 Liter Spritverbrauch, also wirklich entspannt. Dafür wenig Platz, aber dafür auch nichts, was kaputt werden kann. Einfach rudimentär ausgestattet. Und auch hier ist wieder KSR der ursprüngliche Hersteller. Und Motron ist eine Marke von KSR. Dem Platz Nr. 7 belegt ihr Lampretta X 125. 14 PS, 1370 Millimeter Radstand, 7 Liter Tank, 790 Millimeter Sitzhöhe. Der Neupreis in Österreich ist 5.499 Euro. Deutschland und Schweiz findet ihr dann auf der Homepage, denn zum Aufnahmezeitpunkt war der auch noch nicht bekannt. Bella Italia Feeling so ein bisschen zumindest. Denn ganz klar, der Lampretta ist ein wunderschöner Roller in der Designform. Er hat eine ganz klare Designsprache, die unverwechselbar ist. Es passt ein Vollvisierhelm unter den Sitz. Wir haben Smart Key, wir haben ABS und all das sorgt für ein rundes Bild im Design und in der Ausstattung. Der Preis ist dafür aber doch durchaus nicht so niedrig. Dem Platz Nr. 6 belegt der X-Max 125. 12,2 PS, 2,3 Liter Spritverbrauch, 167 Kilo vollgetankt, einen Radstand von 1570 Millimeter, 13,2 Liter Fassertank und die Sitzhöhe ist hier 800 Millimeter. Der neue Preis ist gerade mal 5.099 Euro in Österreich und in Deutschland ist er 5.749 Euro und ganz wichtig auch in der Schweiz 5.990 Schweizer Franken. X-Max, was soll man sagen? Fast schon Königsklasse. Extremst hochwertig verarbeitet, extrem japanisch auch in der Funktionalität, das heißt komplett umfassend von Traktionskontrolle über ABS. Alles in dem Ding drinnen, großer Platz unten im Fach, großer Radstand, ordentlich Spielraum und viel Stabilität für den Alltag. Gerade auch wenn ihr Autobahn-Etappen fahrt, ist der X-Max auf jeden Fall eine gute Option, weil er einfach schlicht und ergreifend gut fährt und auf gerader Linie auch sehr brav funktioniert. Aber auch haben wir ihn auf Kurviger Straße schon getestet, in Spanien, ich glaube es war in Barcelona, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Klickt aufs Video, dann seht ihr das gleich. Den Platz Nummer 5 belegt der Aprilia SRGT. 125 Kubik, 15 PS Leistung, yes! 2,5 Liter Verbrauch, 144 Kilo, kurzer Radstand, 1350 Millimeter, 9 Liter Tank, 799 Millimeter Sitzhöhe, Neu-Preis in Österreich 3.990 Euro, Neu-Preis in Deutschland ebenfalls 3.999 Euro und Neu-Preis in der Schweiz 4.795 Schweizer Franken. 25 Liter Stauraum. Sorgt nicht nur dafür, dass du deinen Helm hineingeben kannst, sondern auch, dass du alles, was du benötigst, mit deinem Roller transportieren kannst. Gleichzeitig in einer relativ kompakten Bauform mit mehr Federweg, damit du auch unebene Straßen ohne Probleme lösen kannst. Und ganz klar ist auch eins, es gibt für den Roller Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer und ohne Spaß, ihr werdet es auf der Messe in Tullen sehen, ist das ein ziemlich hübsches Ding geworden. Es sieht gut aus, es hat volle LED-Ausstattung, funktioniert ohne Probleme und wir sind natürlich den Roller schon gefahren und dazu gibt es ein eigenes Testvideo, wie immer, im i. Den Platz Nummer 4 belegt ein Piaggio Medley 125. 15 PS, yes! 2,38 Liter Verbrauch, holy crap, ist das wenig. 144 Kilo Gewicht, 7 Liter Tank und eine Neu-Preis in Österreich von 3.699 Euro. Eine Neu-Preis in Deutschland von 3.999 Euro und eine Neu-Preis in der Schweiz von 4.695 Schweizer Franken. Piaggio, der Inbegriff von Roller in Europa oder der Inbegriff von Technologieträger für Rollerfahrzeuge. Piaggio trägt in der Vergangenheit sehr, sehr viel bei in verschiedenster Form und Farbe mit verschiedensten Marken im Rollersegment und deswegen ist Piaggio auch so eine wichtige und interessante Marke. Der Medley ist dabei einer der interessantesten, weil er ein echtes Arbeitstier ist, der jetzt nicht fancy dancy ist, der aber einen extrem guten Verbrauch hat, hohe Leistung hat und gleichzeitig auch noch spritzig ist. Also wirklich cool. Wir können als Zubehör Piaggio Connectivity und Co. nachrüsten, ist uns aber alles wurscht. Das ist ein Arbeitstier, der macht das, was er machen soll, den schnallt sich irgendwo drauf, fahr damit auf der Rennstrecke von A nach B, fahr damit zur Arbeit, komm wieder nach Hause, stelle das Ding hin und fertig. Und das ist genau, warum der Piaggio Medley auf dieser hohen Platzierung ist. Starke Leistung, starke Verarbeitung, inklusive einer hohen Qualität im Fahrkomfort. Das ist der Piaggio Medley. Den Platz Nr. 3 belegt der Suzuki Burgmann. 11 PS, 3 Liter Verbrauch, 162 Kilo, ein Radstand von 1465 mm, 10,5 Liter Fassentank und 735 mm Sitzhütz. Neu Preis in Österreich ist aktuell noch nicht auf Motor Checker eingetragen, gibt es aber jetzt schon auf der Liste. Also Beschreibung klicken. Deutschland 4.290 Euro und in der Schweiz ist aktuell auch noch kein Preis eingetragen. Den findet ihr jetzt auch auf der Webseite. Du hast beim Burgmann schlicht und ergreifend ein komplettes Aquarium bei dir. 41 Liter Staufach. Holy Crap ist das riesig. Da passt wirklich fast alles rein. Der Burgmann besticht jetzt nicht durch das modernste Design. Er besticht aber durch eins und er besticht durch eine hochwertige Verarbeitung. Es ist ein japanisches Produkt, der fährt unfassbar gut, ist im Stadtverkehr super unterwegs und der Burgmann ist für mich einer der besten Roller, den du preisleistungsmäßig kaufen kannst. Wir haben gebraucht Preise hier auch für den Fahrzeug, die blenden wir auch hier gerne ein aus Motor Checker. Da kannst du sehr viel sehen, was der Burgmann macht. Und der Burgmann ist für mich das Arbeitsziel schlechthin, mit dem ich niemals in der Werkstatt stehe, das immer fährt, egal welche Wetterbedingungen sind und bei dem ich ein riesengroßes Zubehörportfolio habe. Der Burgmann ist ein wohlverdienter Platz Nr. 3, auch wenn das Design vielleicht mich persönlich noch nicht anspricht. Aber die Zukunft zeigt ja, dass Suzuki immer mehr einen Vordergrund ruht. Egal, ob das die 800er Motoren sind, die neuen oder die neuen V-Sprung. Also von vorn bis hinten überzeugt Suzuki in der Zukunft, glaube ich, auch wieder im Roller-Segment. Wir haben ja auch einen Roller von Suzuki, der gerade mal 2.000 Euro um einen Dreh kostet. Zwar sind 300 irgendwas kostet der. Das ist der kleinste Roller von Suzuki und das ist ein wirklich Wahnsinnsding. Es wird ein eigenes Special zu Suzuki Roller geben dieses Jahr. Platz Nr. 2 Honda Forza 125. 15 PS, 2,4 Liter Verbrauch, 162 Kilo trocken, 1510 Millimeter Radstand, 11,5 Liter, fast der Tank, 780 Millimeter ist die Sitzhöhe. Und der neue Preis in Österreich ist 5.890 Euro. Der neue Preis in Deutschland und in der Schweiz ist aktuell noch nicht bekannt. Forza sagt im ersten Moment eigentlich nichts. Forza, Furz, was auch immer. Kann man ein bisschen vertellen in Österreich. Aber es ist der Roller, der am besten funktioniert. Preisleistung zwar sehr hoch angesetzt ist, aber alles Schöne aus der Rollerwelt verbindet und das in einen Roller steckt. Du hast extrem viel Komfort, extrem viel Platz, extrem smart, extrem unkompliziert. Hochwertigste Komponenten, hochwertigst verarbeitet und auch mit dem Forza wirst du garantiert sehr selten drinstecken. In der Werkstatt. Aber du hast halt eins. Hohes Gewicht und hohen Preis. Das muss man hier beim Forza schon herausheben. Ist aber, wenn man aus ganz ehrlich sieht, bei Roller einfach bovidel. Den Platz Nr. 1 belegt definitiv der neuen Elfer der Roller. Vespa GTS 125 Kubik. 14 PS, 2,4 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer, 147 Kilo Fahrbereit, Radstand 1385 Millimeter, 7 Liter Fasertank und die Sitzhöhe 790 Millimeter. Der neue Preis in Österreich ist 5999 Euro, genauso wie in Deutschland und in der Schweiz sind 5.645 Schweizer Franken. Bella Italia Feeling Deluxe. Ganz ehrlich, Roller sind nicht für jedermann das Richtige. Doch eine Vespa zählt nicht zu den Rollern, sondern man sagt, man hat eine Vespa. Das ist ungefähr so das, was Apple in der Computer- oder in der Handyindustrie geschafft hat. Ich habe ein iPhone oder ein Handy. Man sagt, ich habe ein iPhone. Grundsätzlich muss man das so sagen, genauso wie Kärcher. Du Kärcher ist dein Auto, du Kärcher ist dein Haus, was auch immer. Es hat ein ganz klares Wording. Und Vespa ist genauso. Vespa kann jeder fahren. Vespa ist für alle da und es sind alle drauf cool aus und jeder, wenn eine Vespa hat, hat Style. Und das ist ein irrsinnig cooles Feeling. Auch wenn der Preis durchaus nicht zu niedrig ist, in der Funktion ist sie eigentlich sehr gut. Viel Stauraumfläche und in 2023 ein komplett neues Fahrwerk. Die Gabel vorne haben sie mehr stabilisiert. Oder es heißt nicht Gabel, aber wurscht. Beim Vorderrad haben sie extrem viel optimiert im letzten Jahr. Und da schluckt es das Kopfsteinpflaster fantastisch. Wir werden auch dazu noch mehr machen. Deshalb abonniert den Kanal gerne kostenlos. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und wirt euch.